Und wir schalten jetzt nach Linz zum Welser Bürgermeister Andreas Rabel von der FPÖ. Herr Bürgermeister, also auch Wels ist von der Ampelkommission auf Rot gestellt worden. Gefällt Ihnen das? Die rote Ampel gibt eine Risikoeinschätzung wieder und dieses Risiko haben wir auch abgewegt. Wir haben uns darauf vorbereitet, welche Maßnahmen wir im Konkreten ergreifen, wenn es auf Rot gestellt wird. Insofern war es keine ganz große Überraschung. In welchen Bereichen ist der Großteil der Ansteckungen in Wels passiert? Wir haben im Wesentlichen zwei große Bereiche. Wir haben ein großes Cluster im Altersheim der Stadt Wels und ein zweites großes Familiencluster und in der Folge auch mehrere kleinere Familiencluster. Und da ist es auch feststellbar, die meisten Ansteckungen, die wir in Wels haben, sind im privaten Bereich passiert. Weit über 70 Prozent sind im privaten Bereich, nur 5 Prozent im öffentlichen Bereich. Und wie werden Sie jetzt vor diesem Hintergrund in Wels reagieren? Welche Maßnahmen müssen die Welserinnen und Welser jetzt, mit welchen Maßnahmen müssen Sie rechnen? Wir haben uns konzentriert auf den Schutz der vulnerablen Gruppen. Das heißt, ältere und kranke Personen haben also die Zugangsbeschränkungen für das Altersheim verschärft. Es können betriebsfremde Personen gar nicht mehr die Altersheime besuchen. Allerdings sind Besuche von Angehörigen weiterhin mit einem strengen Corona-Sicherheitsprotokoll möglich. Wir haben auch die Generationentreffs gesperrt. Das waren jene Bereiche, wo sich ältere Menschen getroffen haben. Und wir setzen Schnelltests ein, wenn es dafür einen Hinweis gibt und wenn das notwendig ist. Das entspricht aber im Grunde genommen jenen Maßnahmen, die in ganz Oberösterreich gelten, oder? Ja, wir haben uns bei allen Maßnahmen sehr eng mit dem Land akkordiert. Ich habe mehrfach mit der Landeshauptbaustellvertreter Haberlander gesprochen, auch gestern Abend noch, um ein gemeinsames Vorgehen sicherzustellen. Es war ein sehr konstruktiver Austausch, den wir hier gepflegt haben. Und die Maßnahmen sind im Einvernehmen mit dem Land auch umgesetzt worden. Kommen wir jetzt noch zum Wahldebakel Ihrer Partei bei der Wien-Wahl vergangenen Sonntag. Die Wiener FPÖ ist davon mehr als 30 Prozent auf etwas mehr als 7 Prozent abgestürzt. Sitzt Ihr Parteichef Norbert Hofer immer noch fest im Sattel oder gibt es da eine Obmann-Debatte? Norbert Hofer hat vor über einem Jahr ein fulminantes Ergebnis beim Bundesparteitag gemacht. Das Ergebnis in Wien war erwartet worden, wenn auch nicht in diesem Umfang und dieser Größenordnung. Aber es war eingepreist und es ist jetzt die Altlast beseitigt. Wir haben daher die Grube ausgehoben und jetzt gilt es auf der grünen Wiese eine neue FPÖ zu bauen. Und das wird uns auch gut gelingen. Wenn wir schon in die Zukunft blicken, fürchten Sie ein ähnliches Debakel für die FPÖ bei den oberösterreichischen Landtagswahlen kommendes Jahr? Erstens ist in der Politik ein Jahr eine sehr, sehr lange Zeit und es kann da sehr viel passieren. Zweitens glaube ich, dass die FPÖ in Oberösterreich ausgezeichnet aufgestellt ist mit einem Spitzenkandidat Manfred Heimbuchner, der herausragende Arbeit macht. Und wir haben generell einen Parteiapparat, der sehr motiviert ist. Ich mache mir daher keine Sorgen, dass Oberösterreich ein ähnliches Ergebnis einführt. Ganz im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass wir ausgezeichnet abschneiden werden. Vielen Dank, Herr Bürgermeister und alles Gute nach Linz. Danke für die Einladung.